Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute aus dem Innenministerium in Schwerin an meiner Seite Lorenz Kaffier. Herr Kaffier, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Der Anlass ist ja nicht so erfreundlich. Es geht um das Attentat in Paris und um die europaweiten Auswirkungen und natürlich auch die Auswirkungen für unser Bundesland. Wie würden Sie das zusammenfassen? Gibt es überhaupt Auswirkungen da oder können wir ganz beruhigt weitermachen wie vorher? Ja, selbstverständlich hat so ein Attentat unmittelbar vor der Haustür, denn ich sage mal, es ist ja nicht fiktiv. Es ist in Europa, in Paris, im Nachbarland von Deutschland passiert und insofern in allen Ländern möglich, damit auch in Deutschland, darauf müssen wir uns einstellen, darauf stellen wir uns auch ein. Das hat aber nichts mit Hysterie zu tun, dass wir sagen, jetzt muss jeder besonders vorsichtig sein, aber bestimmte Sicherheitsmaßnahmen laufen, bestimmte Abstimmungen zwischen den Ländern und dem Bund und natürlich ist auch ein Stück sorgsamen Umgang mit der Gesamtsituation schon wichtig. Sie sprachen in einer regionalen Zeitung heute von abstrakter Bedrohungslage. Was meinen Sie damit? Ja, mit abstrakter Bedrohungslage meine ich, dass wir natürlich wissen, dass es viele Menschen aus Deutschland gibt, die aus unterschiedlichen Gründen nach Syrien gereist sind, die wieder zurückgereist sind, die im Ausland offensichtlich an Kampfhandlungen teilgenommen haben, die auch eine gewisse Radikalisierung in ihrem Leben in den letzten Jahren vorgenommen hat und die über Internet auftreten und anderes natürlich auch dazu aufrufen, um gegen die sogenannten Ungläubigen vorzugehen. Und das ist eine gewisse Gefährdung und die sind auch wieder zurückgekommen zum Teil. Die leben in Deutschland, die leben unter uns und deswegen gibt es auch eine gewisse abstrakte Gefährdung, natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben es gesagt, die Abstimmung der Sicherheitsbehörden bundesweit läuft. Wie sieht es da ganz konkret aus? Was für Maßnahmen wurden da beschlossen? Kann man das sagen? Na, ganz konkret sieht das so aus, dass es für jede internationale Vorkommnis, auch für solche Attentate, gewisse Maßnahmenpakete gibt. Und dieses Maßnahmenpaket in dem Zusammenhang ist zwischen Bund und Ländern angelaufen, beziehungsweise in der konkreten Abstimmung. Wir haben regelmäßige Telefonschalkonferenzen dazu mit dem BMI und auf Einzelheiten möchte ich aus bestimmten Gründen auch nicht weiter eingehen. Nun sagen Leute auch, nach dem Attentat wird die Welt eine andere sein, denn einen Attentat dieser Art hat es in Europa, in der Mitteuropa, noch nicht in dieser Art gegeben, dass man sozusagen zwölf Menschen in einer Art Massaker umgebracht hat. Was wird das für Konsequenzen haben? Und Sie selber sind ja auch ein Befürworter, zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung. Wird dort eine erhöhte Sicherheit, wird dadurch mehr Sicherheit erreicht werden? Also ich halte es persönlich für sehr schwierig, so ein grausames Attentat zu verknüpfen mit einer Diskussion über mögliche Verschärfung von Strafgesetzbuchungen, Vorratsdatenspeicherung oder sonstiges. Natürlich werden wir uns die Frage stellen müssen, was kann man tun, um solche schrecklichen Attentate zumindest zu minimieren. In der Form, wie sie in Paris stattgefunden hat, ist es auch ganz schwierig, gänzlich auszuschalten, muss man ganz deutlich sagen. Aber gewisse Daten zu besitzen oder eine relativ komplexe Kameraüberwachung zu haben, trägt zumindest dazu bei, dass ich einen gewissen Schutz erhöhen kann. Diese Diskussion wird man führen müssen, die werden wir uns alle stellen müssen. Wie viel bin ich bereit, für Sicherheit im Zweifel auch an persönlicher Selbstständigkeit aufzugeben? Sie wissen, dass ich immer die Meinung vertrete, jeder, der ein Handy bei sich hat oder den Computer anschaltet, denkt zwar, dass er vollkommen allein ist, aber in der Tat muss er sich immer überlegen, was er damit tut. Denn das wissen wir alle, dass es unterschiedliche Mittel und Möglichkeiten gibt, da auch andere Daten abzugreifen. Deswegen glaube ich, wir müssen unabhängig von den Attentaten eine sachliche Diskussion über mögliche Veränderungen im Gesamtkomplex innerer Sicherheit in Deutschland vornehmen. Aber ich glaube, unterm Strich sagen zu können, wir sind in Deutschland schon sehr gut aufgestellt, wir sind sehr gut vernetzt. Wir haben gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden, dazu zählt auch der Verfassungsschutz, dazu zählt das Bundeskriminalamt, dazu zählen die Landeskriminalämter, die Länderpolizeien, einen sehr guten Verbund. Wir tauschen uns sehr intensiv aus, wir haben aus Fehlern der Vergangenheit gelernt, auch das gehört ganz klar dazu, auch im Komplex mit NSU und anderen Sachen. Dort sind wir dabei, uns umzustellen und deswegen bin ich guten Mutes, dass wir gemeinsam mit der Bevölkerung alles dafür tun, dass solche schrecklichen Attentate nach Möglichkeit nicht nach Deutschland und nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Gemeinsam mit der Bevölkerung, der Anschlag hat ja im Grunde genau das erreicht, was er wollte, nämlich auch Verängstigung erzeugt, auch in der Bevölkerung. Was würden Sie den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern jetzt auch raten hier? Na, ich glaube, dass das Attentat natürlich eine gewisse Öffentlichkeitswirksam erzielen sollte. Das hat es in der Tat, aber es darf auf keinen Fall eine Einschüchterung, eine Verängstigung. Es ist ein Angriff auf die Pressefreiheit, ein Angriff auf die Medienlandschaft, ein Angriff auf die gesamte zivilisierte Welt. Und ich glaube, das sollen wir uns unter gar keinen Umständen bieten lassen und auch ganz klar Flagge zeigen, nicht uns anders verhalten, als wir das vorher getan haben. Offen, vernünftig miteinander umgehen, über Probleme diskutieren, einen vernünftigen gegenseitigen Meinungsaustausch zu führen, keine Leute ausgrenzen, nicht mit Hass umgehen. Solche Themen wie gerade in der aktuellen Diskussion sehr intensiv immer wieder Asylfragen, Flüchtlingspolitik, alles Fragen, die uns auch in den nächsten Monaten beschäftigen werden, damit einen vernünftigen Umgang pflegen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das wäre auch meine Frage. Jetzt gibt es ja die, die das auch politisch ausschlachten wollen, die die Unsicherheit in der Bevölkerung ja konkret schüren, auch vor dem Hintergrund dieses Attentats. Was sagen Sie denen, was geben Sie denen zur Antwort? Ich glaube zunächst ganz deutlich, dass die Äußerung einzelner Personen gestern hier im Mecklenburg-Vorpommern-Raum aus dem rechtsextremistischen Lager, aber auch von Vertretern der AfD und Ähnlichem ganz deutlich zeigen, dass die Demonstrationen, die es derzeit in unterschiedlichen Teilen Deutschlands gibt, ja einen ganz anderen Hintergrund haben. Und wie habe ich gestern gesagt, die haben sozusagen ihre Maske fallen lassen. Denn in der Tat sind dort ganz viele dabei, die Ängste schüren wollen, die Hass schüren und die nicht die Auseinandersetzungen auf der Devise auf dem Niveau führen, wie sich das für vernünftige und gesunde Mitteleuropäer gehört. Und deswegen glaube ich, müssen wir ganz doll darauf achten, dass solche schrecklichen Attentate nicht dazu genutzt werden, um innerhalb der Bevölkerung Spaltung vorzunehmen, um gegenüber Andersdenkenden oder anders konfessionell gebunden Barriere aufzubauen. Das ist der vollkommen falsche Weg. Da haben wir als Politik eine gemeinsame Aufgabe. Aber man sieht ja auch, dass es eine ganz breite Bewegung innerhalb der Bevölkerung gibt, die den anderen wenig denken und auch ganz klar die rote Karte zeigt. Aus Ihrer Sicht sollten die Medien so weitermachen, also das heißt, oder sensibler mit so etwas wie Karikaturen und so weiter umgehen? Also ich bin mit Sicherheit ein schlechter Medienberater. Das wäre ja auch ein Eingriff in die Medienhoheit, das wollen wir unter gar keinen Umständen tun. Ich glaube, ich bin zumindest persönlich sehr beeindruckt heute, wie die Medien untereinander und zwar unabhängig von der Gesinnung miteinander Flacke zeigen, gegenüber ihren französischen Kollegen. Ich glaube eher, das ist ein gutes, ein richtiges, ein deutliches Zeichen. Denn es ist nicht einfach auch für die Verlage, die sich entschieden haben, jetzt so etwas zu tun, dementsprechend zu reagieren. Denn letztendlich haben sie ja auch im Hinterkopf, was in Frankreich geschehen ist. Aber sie zeigen ganz klar Flacke. Sie sagen, wir wollen uns das Wort, das Bild nicht durch einzelne Straftäter, einzelne Radikale verbieten lassen. Das wären wir nicht. Und das ist der richtige Weg. Das Gleiche gilt natürlich für die Politik. Wir dürfen uns unserer Politik und die Gestaltung, das Miteinander, nicht von einzelnen Radikalen aus der Hand schlagen lassen oder Verängstigungen schüren. Und deswegen ist das Verhalten der Medien aus meiner Sicht sehr, sehr positiv. Und ich kann nur sagen, das ist, glaube ich, der richtige Weg, den man da geht. Ja, eine abschließende Frage. Es gab eine gemeinsame Aktion der Länder auch untereinander. In Absprachen miteinander haben Sie die Trauerbeflackung angeordnet, auch für Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, wie lange jetzt? Die Trauerbeflackung und das Führen von Trauerflor an Dienstfahrzeugen der Landespolizei wird bis zum 10. aufrechterhalten werden. Und ich glaube, es ist ein Stück Selbstverständlichkeit, dass wir gegenüber den Opfern in Frankreich auch Solidarität zeigen und Mitgefühl. Und insofern ist es auch ein Zeichen gegenüber unseren französischen Nachbarn. Vielen Dank für dieses Interview. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.